Ein letztes Erinnerungsvideo für den Livestream heute Abend von 18 bis 20 Uhr auf meinem Twitch-Kanal, Link dazu in der Beschreibung. Eure Wünsche und ein letztes Video. Hab gedacht, was ist denn hier los? Ich hab eigentlich gerechnet, ob so ein, zwei Wünsche kommen, auf einmal waren dann, ja, was weiß ich, zehn Kommentare mit jeweils zwei Wünschen oder so. Und ja, das schafft man natürlich alles in zwei Stunden nicht und ich hab mir jetzt einfach die Wünsche rausgenommen, die am häufigsten mit dabei waren. Alle anderen Wünsche werden wir dann in dem nächsten Livestream natürlich mitbehandeln, der wird dann auch ein bisschen länger sein als zwei Stunden. Jedenfalls hab ich das jetzt so zusammengestellt, ihr seht den Dienstplan und die Livestream-Zeiteinplanung. Mehr wollte ich gerne nicht sagen, heute haben nicht vergessen, 18 Uhr, Link in der Beschreibung der Livestream bei Twitch. Bis dann!